Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu dem Minecraft Mini-Spielen. Ja, wir zocken ein bisschen Smash. Das ist so ähnlich wie Super Smash Mobs, also auch wie Super Smash Bros. auf der Konsole. Wir haben auch wieder mit verschiedenen Items. Und ja, wir spielen die Map Swamp auf dem Server Shotbow. So, das ist aber dann nochmal eine Beschreibung. Diese Map ist eigentlich dafür bekannt, dass sie so schnell wie möglich vorbei ist. So schnell vorbei ist. Komm, get down. Ich hau dich durch hier aus der Lücke. Du darfst nicht durchs Wasser fallen auf dieser Map hier. Du bist so tot. Dann fällt es euch dann auf der Map raus. Und ja. Es gibt eine Attacke. Noch. Da kannst du sneaken und dann machst du einen richtig heftigen Sprung. Oh, jetzt ist gerade Party. Alter, na guck, da habt ihr es gesehen. Ich bin runtergefallen. Da habt ihr es gesehen. Wir haben aber einen Portal. Das heißt, falls wir runterfallen, kommen wir uns wieder auf die Map zurückporten. Ne, 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 mein Lieber. Du stirbst jetzt lieber einen Schritt oder hoch springst. Ist doch get down. Du ebenfalls. GG. Ihr beide. Alle haben zwei Leben. Oh, der hat auch ein Portal. Guck, diese Attacke hier. Der hat einen Teil da. Du nützt dir auch nichts, wenn du runterfällst. Komm. Aber doch. Nützt dir was. Ja, du bist trotzdem dran. Oh Gott. Nein. Geh weg. Nicht mit mir. Nein. Alter, nein. Ich bin in den Block geportet. Habt ihr es gesehen? Habt ihr auch richtig viele Prozente deswegen bekommen? Komm, wir runter. Ja. What? The freaking... Alter. Ja, komm, jetzt geht... Geh da endlich mal down. So, jetzt bist du down. Mann, ey. Was für eine Arbeit. Hä? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wir sind gestorben. Wir sind da durch den Back runtergefallen. Habt ihr das gesehen? War richtig heftig. Alter. Nun gut. Wir machen jetzt mal eine Runde zwei. auf der nächsten Map. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. In Runde zwei. Diesmal auf der Map. White... 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 Whitechapel. Wir spielen nur gegen einen einzigen. Obwohl jetzt zwölf Leute mitmachen können. Auf dieser Map. Die ist auch riesig. Ne, mein Lieber. Das kriegst du nicht hin. Hä? Ach, er ist geliebt. Jetzt kämpfe ich hier gegen den Gast. Oh, Mann. Ne, jetzt ernsthaft. Das ist jetzt kein GG. Ich glaube, das ist kein GG. Das ist kein GG. Naja, okay. Wir sehen uns gleich wieder in Runde drei. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020